Ja, hat es beinahe geklappt. Der Karberutsch ist schon cool. Das ist auf jeden Fall mal was anderes. Ich weiß gar nicht, ob die so viel schneller jetzt ist. Hallo. Geil, ey. Okay, Volltreffer. Geil. Guck mal hier. Schön. Guck mal, jetzt kommt der ganze Spaß hier zusammen, ey. Ein Multiplayer macht halt.